Howdy, 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 liebe Partner, hier seht ihr die beeindruckende Statistik von Spielkind45 am Ende des vierten Kapitels. Ja, das ist, ähm, ja, ich bin ein tierisch hatte Sau, das weiß ich ganz genau, ne, deswegen stelle ich jetzt auch gerade mal meine Stop-Uhr und gehe auf Fortsetzen. Da war ja einiges los letztes Mal, ne. Ich brachte alle erdenklichen Gründe vor, um sie davon abzubringen. Aber meine Brüder erklärten, dass Devlin in der Tat ein übler Bastard sei, den niemand vermissen würde. Laut Juarez war er irischer Abstammung und hatte sein Vermögen in Chicago gemacht. Ein Dieb und Halsabschneider, der sich nimmt, was er will, und Siedler wie Goldsucher für Land und Besitz ermordet. So böse er auch ist, es ist nicht an meinem Bruder, ihn zu strafen, sondern allein an Gott. Gebt Raum dem Zaun Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, spricht der Herr. Ja, und wer mit dem Feuer spielt, wird durch das Feuer umkommen und wir haben einiges hier zu feuern und insofern gehe ich mal auf. So, liebe Leute, da musste ich mal kurz räuspern, pardonse. Oh, was ist denn das jetzt, ne Mine? Ah, ich glaube, das ist die Szene vom Anfang. Du willst es ruhig machen? Sollen wir es friedlich regeln? Okay, gefehle ich mich, besser. You wanna do it quietly. ok wir können es wieder wählen wem wir nehmen seid mir nicht böse liebe leute ich bin alter cowboy und besiegen die mich jetzt aber ganz direkt ohne lang zu überleben erstmal kurz laden okay wir sind voll das ist diese sache werden haben wir noch dynamit haben wir nicht doch haben wir doch moment moment wird sie nicht runterfallen wer ballert da soll hier du darfst nicht mehr mitspielen so habe den rücken geschossen das net natürlich nicht nett aber halt die aktuell denke ich mal überlebenswichtig so moment wo sind sie wo laufen so ok da unten ein bisschen dynamit liebe leute ich glaube das war eine ziemlich beschissene idee machen wir das so bisher so gut moment wer ballert denn jetzt hier eigentlich hallo ich glaube die schrote ballert nicht so weit ich brauche irgendwie eine andere bumme im moment so machen wir so hier ein bisschen dynamit so bitte sehr sicher sicher ist sicher alter ja nur aber ich verschwende lieber meine kugeln als mir ihre kugeln das wohl war ne so ok moment jetzt mal dynamit haben wir nicht mehr aber ich denke hier ist eine mini sollten wir irgendwo mit sicher dynamit finden wo ist der kleine wo ist william gut wir folgen bei dem bruder der mal wieder ziemlich ja hast dich hier durch rennen zu kennen wir ihn alter quengler alter ist das money das aber geld cool und zum teufel steckst du schnauze ich bin ja im zielen alter jetzt sind sie fällig ich bin ich bin muss man so sagen schnauze ich sehe das geld irgendwie gar nicht so richtig naja so okay da hilft der gute ray aber da sind auf jeden fall noch muni und schnauze das letzte Gebet. Naja, ich glaub, äh, ich glaub, äh, die, ähm, die MC Mini, okay. Jetzt werden wir sie vollbleiben. Ich, ähm, würde sie vor allem ganz gerne mal sehen, irgendwie, ne? Wo sind sie denn? Wo laufen sie denn? Äh. Wo sind sie? Ich seh sie nicht. Okay, Rage zielt aber auf irgendwen. Aber auf wem? Wo, wo? Ach, da unten. Guten Tag. Oh, zwei Schüsse, dann ist er auch außer Distanz weg. Das nenne ich eine Begrüßung. Ja, finde ich auch. Guten Tag. Die pissen sich gleich in die Hose. Äh, mein Name ist sie 45. Spielkind 45. Oh, ein Checkpoint. Checkpoint finde ich gut. So, Moment. Ray, äh, Thomas, ich, äh, du kennst das Spiel aufsammeln. Sammeln gehen, wir brauchen Geld, wir brauchen Money. So, und ich werde jetzt die, äh, ich werde jetzt echt ersetzen. So, ist mir egal. Ist zwar eine schöne Knarre, aber ich glaube hier, die lädt einfach, äh, die lädt einfach schneller, ne? Ist voll. 50 Schuss haben wir davon. So, und da kann man auch, glaube ich, besser mit auf Distanz schießen. Deswegen. Ich meine, ich habe das, äh, ein teures Geld für bezahlt, aber ja nun, äh, 21 Pfeifen haben wir gekriegt. Ähm. Ist hier noch irgendwas in den Wagen, ne? Sieht aber nicht so aus. Irgendwo noch was, äh, der Bruder stimmt zwar wieder vor. Naja. So, wo ist ja nicht, die ganze Indiana-Sippel, die war doch mal irgendwo Indiana, so irgendwie, ne? Da habe ich das falsch in Erinnerung. Ne, Apachen und so mit Winitou und, äh, ne? Apache, Apanachi, oder wie hießen die da alle? Ich kenne die gar nicht so genau. Ähm. Wir rennen einfach mal dem guten Ray, äh, Thomas hinterher. Als Ray rennen wir Thomas hinterher. So. Wo kommt man jetzt hier hin? Ah, ist er sich da noch? Oh, Musik geht wieder los. Das heißt immer. Ich habe Rettler getötet, ey. Ich habe ihn im Duell ehrlich besiegt. Hab ich doch gesagt? Was soll? Der erste Eindruck ist immer der wichtigste. Hat zwar fast zwei Folgen gedauert, aber den guten Rettler habe ich irgendwann dann doch, äh, erledigt. Was? Wo? Wo ist wer? Hallo? Ähm, gut. So. Zam. Wum. Ah, hast du gesehen? Ah, hab ich gesehen, wie ich den abgeballert habe. Ey, geil. So. Oh, da ist der Nächste, der ist nicht schwierig. So. Zam. 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 So, habe ich erwischt. Ja, kein Problem, Alter. Wir machen das immer wieder. Sehr, sehr, sehr gerne. So. Aber jetzt möchte ich hier ganz gerne mal wieder ein bisschen sammeln, aber ich komme gar nicht zum Sinne. Ey, Alter, darf ich auch nur mitspielen? Ey, du ballast hier alle ab. Und ich habe hier irgendwie nicht, dass das nachsehen hilft. Wo, wo, wo. Oh, und doch auch. Ja. Wenn mal genau in meine Knappe rein, Alter. Sag mal, ey, willst du mich verarschen? Komm mal hoch. Ab in den Arm geschossen. Okay. Du verschwendest doch nur Kugel. Schnauze. Ich muss ihn vielleicht jetzt hier mal ein bisschen regenerieren. Ich wollte gerade einsammeln. Äh. Ah, ist halt doch cooler. Ich meine, die Shotgun ist schon echt eine coole Wumme. Aber, äh, da war hier ein bisschen. Kommst du in der Hütte? Ja, genau. Lauf, genau. So ist das richtig. Jetzt knallen wir sie ab, Bruder. Ja, klar. Hab ich dir die ganze Zeit schon bei, ne? Ich würde hier ganz gerne ein bisschen einsammeln, ey. Oh, lo, lo, lo. Wo ist er? Wo bist du gewesen, ne? Sag mir, wo. Ist das unser Bruder? Ah, ist nicht unser Bruder. Ich gedacht, du Bruder, aber hab ich falsch gedacht. Ich konnte den ja kaum sehen. So, kleiner Hüftschuss, ne? So, ist das, was ist das? Ersetzt ein guter Walter Colton, Drost, der Ranger. Wer schießt dich hier ab, Alter? Jo, das kann auch mal ein kleiner Hüftschuss. Ich bin verletzt. Was? Verletzt? Ich bin verletzt. Wie viele kommen denn da noch? Ey, ich würde gerne mal hier sammeln gehen, ey. Rostiger Ranger. Habt ihr, Herr Ganzt? Alter, Colt. Moment. Äh, stopp. Hier kann man auch keine Sekunde sich mal umsehen. So, Moment. Den ersetzen wir jetzt mal hier durch den guten alten Colt. So, ersetzen Rostiger mit Ranger. Okay. Machen wir einfach mal. So. Ach, das ist Ray. Pardon. Ey, Alter, du. Wenn ich hier am Sammeln bin, das habe ich dir schon mal gesagt. Jetzt dir nicht vielleicht persönlich, aber... Ey. Wo ist der Penner jetzt hin, ey? Ja, guckst du, dummer, Sebastian. Kann ich jetzt hier endlich mal sammeln? Ey, Leute, ich komme hier nicht zum Sammeln. Ich habe dir ja nur geballert. Ey, Mann. Waffen zu tauschen. So, erstmal laden. Okay. Wollte jetzt aber doch ganz schön vergammelt, ey. Hätte ich ja gerne mal... Äh, neu. So, jetzt glaube ich, kann ich mal ein bisschen sammeln gehen. So. Hier eine Mündelgabe. Das ist, äh... Guter alter Colt mit Rostiger Ranger. Äh. Moment, das sieht man ganz kurz gut aus, ne? Okay, das ist mein guter alter Colt. Was ist das zum Beispiel? So, ersetzen Rostiger Ranger mit Rostiger Ranger. Ja, da komme ich vom Regen in die Traufe. Super, ey. Ja, die Scheiße muss man sich echt kaufen. So, Moment. Erstmal hier. Schießt, so viel Zeit. Wo wartest du? Schnauze! Ich muss jetzt hier sammeln. Äh... Ich glaube, wir ballern jetzt aber ein bisschen ganz kurz mit dem Gewehr. So, hier, Mission. So, was geht jetzt hier? Ich komme jetzt schon, ich komme jetzt schon. Da sind wieder ein paar Hähnchen. Aber Hähnchen haben, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge genug gebraten. Okay. Okay. So, ihr wisst, ne? Hier, äh, Gamepad, Virtuose und so weiter. Und, äh... Ja. So, ich würde da so gerne sammeln. Aber der alte lässt mich nicht irgendwie, ne? Kommt man ja nie richtig zum Sammeln, ne? Was ist das? Guter alter Colt mit Rostiger Ranger. Ne, ne, ne. Der gute alte Colt ist schon eine gute Sache. So, wenn rennen... ...hat die ganze Stadt in der Hand und immer noch nicht genug. Je mehr man hat, desto mehr will man... So, Headshot! Ah, cool. Ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Ah, ja. Da ist auch kein Geld. Cool. So, 24 Pfeifen. Hast du auch noch was dabei gehabt? So, hier, Spielkind45 mein Name. Ich hätte gerne eine kleine Gabe. Dankeschön. So. Äh, 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 da rollt ein Fass runter. Hallo? Äh. Ah, okay. Oh, der hat einen Dynamitschefie geworfen. Ey, Alter, das ist mein Job. Gibt der noch? Worauf ballert der Ray jetzt? Wer wirft denn da? Ah, ist echt nur der Stricher. Schnauze, pass mal auf. Scheiße, aber ich hab keinen Dynamit mehr, ne? Ja, aber nie. Da müssen wir ganz kurz hier runterrennen. Oh. Äh. So, wo ist der Pelle, Mann? Okay, wo ist der Stricher? Okay, da kommt noch ein Stäbchen geflogen. Von wo wirft der dich? Ich seh den Typen nicht. Scheiße. Okay. Ah, scheiße. Ich hänge vor dem Zaun fest. Äh, Thomas, willst du bitte mal kommen? Ich seh den Stricher nicht. Wo ist der? Oh, gleich wird's dunkel, liebe Leute. Ich muss hier raus. Nur, ich seh nix. Äh. So, da ist der Stern. Da gehen wir auch mal hin. Bist du ein... Äh, wie, 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 wie... Okay, kann nix machen. Checkpoint. Oh, komm schon raus, Devlin. Devlin. Nicht jetzt schon wieder ein Duell, liebe Leute. Das, äh, habe ich beim letzten Mal doch, äh... Da sind sie, alle beide. Weshalb habt ihr mich gerufen? Für die zwei Strauchdäme? Klängt wie ein Arschloch. Devlin? Hör gut zu. Wir übernehmen den Laden. Nimm deinen Kram und deine Jungs und verpiss dich aus dieser Stadt. Hast du das kapiert? Als ich hörte, dass ihr Rattler umgelegt habt, dachte ich, ich sollte euch vielleicht einen Job anbieten. Aber das wird wohl nichts. Ihr habt einfach keine Manieren. Fickt sich von der Treppe, Jungs! Gut, er verpisst sich. Super. Ich glaube, es ist ein guter erster Eindruck. Ich glaube, ich gehe mal auf die Runde. Aber, meine lieben Leute... Wie das Ganze jetzt hier weitergeht, meine lieben Freunde, das werden wir in der nächsten Folge leben. Ich sage auf jeden Fall mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich hat er ein bisschen Spaß. Ihr kennt mich nicht an, dass ihr wisst, dass ich eine Lusche bin. Und obwohl natürlich ein Gamepad-Metose, wie dem auch sei. Ich sage vielen Dank und verbleibe. Wie gehabt, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Howdy, liebe Leute! Schalte, ich verkeue euer Spirken vor die Pfeifen. Ha, 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 ha. Das ist ja, ha, 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 ha.